Eieiei, wir sind ja echt weit gekommen, ey. 2.02. Ja, jetzt ist die Frage. Ich hab 2.01. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach mal. Nee, ähm, da solltest du wieder für die Dark Spores deinen Feuerhelden mitnehmen, weil das sind Blattdinge, also deswegen gehen wir erstmal die Belohnung abholen und dann morgen machen wir das. Da rushen wir dann durch. Das wird dann hoffentlich so sein wie jetzt gerade. 11% auf Seltenes Objekte. Ich hab 18, aber ich hab trotzdem kein Seltenes. Oh, du hast ein Seltenes. Hey, verfeinerte Biotikflügel. Ich hab Alpha Kopfbedingungen von Ant... Oh, 469 Gesundheit. Jawoll. 20 Stärke, 8 Geschicklichkeit, 147 kritische Streffer, 10% Flächenschaden, 10% Energieschaden, 10% Schaden für Bioangriffe. Warte mal. Magnus, kinetische Welle, zusätzlicher Schaden bei größeren Gegenden, allerdings auch höhere Energiekosten. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bevor wir jetzt beenden, noch schnell die Helden so modifizieren, dass es für die nächste Reise passt. Ich nehme jetzt den... Achso. ...Lumin mit. Ja, 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 okay. Äh, was brauchen wir jetzt? Feuer, ne? Wir brauchst Feuer und... Also du hast deine Pflanzen. Deine Pflanze da, die heilen kann, würde ich aus... Oh, du hast... Du kannst einen neuen Helden freischalten. Genau. Geh mal weg von der Pflanze. Da, hier. Du kannst einen Helden aktivieren. Ja, super. Wie, nehmen wir da? Keine Ahnung. Was hast du denn so für Helden? Ja, das schaut interessant aus. Aber du siehst ja nicht, was der Pfeiner ist, ne? Ob Feuer... Profil. Das ist mein, 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 äh, den ich da gerade hatte. Bio. Ja, wenn du auf das Bild oben... Ja, okay. Ähm, der... Du siehst, was hat er da? Ah. Wenn du darüber über ihn gehst, da siehst du, was er hat. Da oben ist zum Beispiel ein Feuer gewesen. Das ist auch der, den ich hatte vorhin. Da. Nehmen wir den gleich mal. Ja, gut, okay. Aber wir müssen ja eh alle entfernen. Bei mir. Ausgerüstet. Das hab ich auch ausgerüstet. Defensive. Dann füge ich den mal... Dem gebe ich diese Alpha-Kopfbelegung. Gleich eins. Super. Feuer. Den hier kann der ja auch nehmen, ne? Den Titan, oder? Äh, ne. Der hat dieses, ähm, dieses blöde... Ne? Da. Weiß schon, was ich mein. Feuer. Da. Ähm, aber nicht nur Feuer nehmen, ne? Auch noch das, was du gerade hattest. Da hier zum Beispiel die, oder die Spinne. Oder so. Warte mal, da kann ich ja eigentlich den Baum lassen, ne? Würde ich dir empfehlen. Wo ist der denn jetzt gewesen, der Baum? Ne, eben nicht. Den Baum nicht. Wir haben doch Gegner von dem... Von dem gelben Typ und Gegner von dem Baum-Typ. Achso. Hä? Also ich... Tun wir noch einen mit dem Dopen-Kopf? Dann... Ja. Oder... Oder mit Plasma, das ist immer so ne Sache. Da ist noch einer. Ne, Quanten war das genau, Quanten. Okay. Geben muss ich dann auch noch mal kurz bearbeiten, mal gucken ob ich da noch was rausgeholt krieg. Ich muss vor allem... Und ich möchte vor allem noch mal im Shop was nachschauen. Für meinen... Oi, 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 oi. Lumin. Ey. Hier, da kann ich den. Das... Den kannst du jedem geben. Dreh ihn mal mit Rechtsklick. Ne, dreh den Champion mal mit Rechtsklick. Oder den Helden. Was ist das denn für Teile? Yeah! Stylish! Okay, das seht ihr jetzt grad leider nicht, aber ist schade. Ähm... Loom möchte ich haben. Hier, 123 Gesundheit, okay. Was hat er sonst noch? 18 Geistesgaben. Ach du Scheiße. Ey, der kann ich ja gar nicht an dem machen. Und hier... 73 Energie... Oh, das ist ja so einer, wo ich nicht machen kann. Ja, ich hab's auch. Wieder so einer, aber das ist natürlich kacke. Jawohl. Das brauch ich nicht. 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 Ähm... Brauche ich auch nicht. Also nehmen wir noch... Brauche ich auch nicht. Das muss ich mal gucken. Ja, gleich gehen. So, 106 Energie... Äh... Mal gucken hier, was ich damit machen kann. Das brauch ich nicht mehr. Mal irgendwas aus der Bucht rauszuholen. So, da möchte ich dann jetzt auch mal hier... Mal den anderen Feuertypen haben. Da ist er. Mal gucken, was ich so an dem noch bearbeiten kann. Der ist 25. Ja genau, das ist genau dasselbe, den du jetzt auch hast. Hab ich aber, glaube ich, grad nachgeguckt. Was ich dann nix machen kann. Den gehen heuer gar nicht. Egal, ich kann bei ihm nichts machen. Aber vielleicht bei dem... Lumin hier. So. Der ist auch schon 27. Jawoll, jawoll. Ein besseres Schockzepter. Jawoll, 29. Helmstufe 10. Ja, das wird wohl nix. Äh... Ja, würde ich dir... noch so einen Totenkopf Typen da... empfehlen. Okay, also meiner ist level 29. Das ist ganz in Ordner. Einen Totenkopf dazu. Ja, entweder die Spinne... oder... Genau. Spinne ist auch 22. Da gucke ich jetzt mal rein. Und dann nochmal pippen kann. Also ich habe 29, 29 und 25. Ich weiß nicht, meine Spinne ist 26. Da habe ich noch einen starken, guten Helm. Stufe 7. Stufe 19. Ja, den kann ich ja nicht benutzen. Dafür. Stufe 23. Mal kurz gucken, was der so noch drauf hat. Da hast du noch gar nix ausgerüstet gehabt, ne? Das ist ausgerüstet. Da hat er gar nix. Verfeindertes von Turnenhorn. Ist ausgerüstet. Ist ausgerüstet. Und ist auch ausgerüstet. Verdammt! Guck mal ins Inventar hier. So für Maldry kaufen kann. Oh! 158 Gesundheit. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Was haben wir hier? Für Viper. 106 kritischer Trefferwert. Und hier haben wir... Naja, das ist mein Arsch. Jawoll. Blitz. Wex. 123 kritischer Trefferwert. Der Wex war natürlich auch noch eine andere Alternative für mich. Oh! Heldenstufe 27. Hochgedreht. Die kriegt. Jawoll. Kann man nehmen. 15 Geschicklichkeit. 158 Krit-Wert. Was hat der hier? 106 Krit-Wert. So. Das müsste man noch schaffen, oder? Ich nehme den Wex. 21, 25 und 27. Oder was sagst du? Ich kann ja hier nochmal gucken bei dem, ob man da noch was machen kann. Wo war der Wex? Ist da... Warte, ist Stufe 7. Oh Gott, oh Gott. Ja, hier. Den hätte ich gerne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den muss ich ja erstmal gucken. Was ich hier machen kann. Wahrscheinlich nicht so viel. Oh jawoll. Erstmal verdoppelt durch die neue Waffe. Da ist gar nichts. Das haben wir schon. Und da habe ich nur... Alter, nur 14. Das wird gar... Oh, das wird nichts. Aber gut. Wenigstens wenigstens... Den kann man jetzt nicht machen. Aber das ist der Schwächste mit 21. Kann man mit leben. Oder? Oder hast du? Ich würde sagen... Ähm... Ne, den haue ich es wieder raus. Der ist 14. Ich werde aber meinen... meinen Meilenräder zunehmen. Ah. Den werde ich nochmal bearbeiten müssen. Mal kurz reingucken. Ähm... Dafür dann seine neue Waffe kaufen. Und zwar... Nein... Die hier wollte ich haben. Ich meine... Für Gesundheit und Energie sorgt der hier. Der ist für Flächenschaden und hier Entfernung zuständig. Und der macht generell viel Schaden. Nein... Der... Dings hier, der... Ähm... Wer ist der? Blitz. Der ist, glaube ich, tankmäßig, ne? Ähm... Na, ganz genau. Nicht wirklich tank, aber er ist halt trotzdem relativ stark. So, Maldry, 26. Das ist schon... Das ist in Ordnung. Äh, 21 ist das Schlechtste bei mir. 25 und 27. Bei dem Blitz kannst du nichts mehr machen, ne? Ne. Du kannst aber eine neue Waffe kaufen, zum Beispiel. Das sind ja andere... Champions, ne? Also, auf Inventar, oben. Genau. So, ähm... Die Jinx hat diese... Da hier... Seuche. 183 Gesundheit. Gehen wir unten... Eins... Rüber, genau. Ähm... 18... Ne, das ist ja ein anderer Held. Eins rüber weiter. Da ist jetzt gerade nichts von ihr. Da oben. Ähm... Noch eins. Wieder nach rechts. Ne, Müll. Dann gehen wir auf Seite 1 wieder zurück. Seite 1 habe ich gemeint. Jawohl, da ist noch ein Stab von ihr. Rechts Mitte. Okay, ich würde dir den auf Seite 3... 3 glaube ich war es, oder 2 empfehlen. Den von ihr, den zweiten Stab. Den hier. Ne, das ist für meinen Typen. Da ist er noch. Zurück. Unten. Unten. Das ist Gesundheit. So, und dann hast du noch Blitz. Also... Genau, diese Klauen. Das ist noch mehr Gesundheit. Was kann er noch? Beziehungsweise, was gibt es noch für Klauen? Ne, ähm... Es kommt immer darauf an, bei Blitz haben die so... Zwei... Extra Teile. Also das... Äh... Solltest du dir merken. Wie die aussehen. Ach, diese zwei Klauen. Ja, genau. Da ist nix von ihm. Da ist noch mal. Oben. Weiter rechts. Auch da. 10 Geschicklichkeit, 106 Crit Treffer. Und da ist noch mal... Ne, also da würde ich dir auch die mit Gesundheit empfehlen. Die Erde? Genau. So, und dann hast du... Noch... Die Spinne gehabt, ne? Warte? Ja, genau. Ähm... Für die habe ich auch ne relativ gute Waffe gefunden. Und zwar... Da unten links ist eine. Genau, die habe ich für meine genommen. Weil ich da keine andere gefunden habe, die gut war. Die ist für den Arsch. 27 Geschicklichkeit. Und hier dann unten... Weiter unten rechts. Ja. Das ist auch nicht viel besser. Das wäre zum Beispiel auch nicht schlecht. Aber da brauchst du Stufe 15. Ja, da kommt ja eh nicht mehr weiter hinten. Ja. Also die dann, ne? Ja. So, und die drei Waffen kannst du dann gleich alle ausrüsten. Mal gucken, vielleicht bringen sie deine Helden... Deine Heldenstufe was. Ah, so. Boah. Also wir bleiben jetzt hier noch so in der Dings sitzen. Äh... im Arsenal... Arsenal und gucken. Wie war das, ne? Genau. 329... Alter, warte mal. Boah. Du hast ja 329 Crit-Treffer. Dinger. Da links. Ja. Oh nein. 3... Ja, reinziehen. Ja, reinziehen. Ja, nice. Probieren wir die anderen ausgrünen. Die anderen... Die grünen leuchten da. Ne, das kannst du nicht verbessern. Das ist schon extrem stark. Da hast du nix mehr für. Ja. Warte mal. Geh nochmal zu den Waffen. Waffen? Ja, genau. Dann probieren wir die anderen grünen aus. Welches Level die machen. Ja. Das war daneben. 27. Okay. Ja, das sind deine normalen. Die sind für den Arsch. Halt die wieder. Jo. 28. Nicht schlecht. Dann schauen wir auch nochmal an die anderen Beine. Jawoll. Wenn ich den Speicher nicht so lang brauchen würde. Naja. So. Ich geh schon mal in die Navigation. Und da können wir sehen. Achso. Kann ich nicht mal hier reingucken. Was als nächstes kommt. Genau. Das ist der Stab. 22. Naja. Immerhin ein Level. Das war's glaube ich dann. Ja. Und dann mit der anderen mal schauen. Vielleicht können wir die anderen ein bisschen hoch. Mhm. Bei jeder X4 Darkspaar Bedrohung tauchen Darkspaar Endgegner auf. Super. Für jede Bedrohung gibt es zufällig festgelegte Ziele. Drücke 0 während du auf einem Planeten bist um sie anzuzeigen. Achso. Wie zum Beispiel 100% der Darkspaar beseitigen oder so. Aha. Oben drauf. 29. Jawohl. Nice. Super. Ja das ist ein Witz eigentlich. Ja. Okay. Kann man lange machen. Passt doch oder? 29. 28. 22. Jawohl. Kann man eben. Kann man gut weitermachen. 29. 28. 22. Ich habe. Ähm. Halt stopp. Da wollte ich gar nicht hin. Tut mir leid. Jetzt bin ich wieder irgendwo hingeflogen. Du hast 29. 28. 22. Ich hab 29. 29. Ja 26. Ja das passt doch. Das werden wir schon hinbekommen. Ja. Und damit aber erstmal gegen den Tisch hauen. Und dann. Richtig. Hoffentlich. Hat euch die Folge gefallen. In dem eigentlichen. Auch wenn wir am Anfang ein bisschen abgelost haben. Weil wir die falschen Helden hatten. Ja. Aber danach haben wir es dann ja geschafft. Das ist halt immer blöd. Wenn man nicht weiß welche Helden man im nächsten Ding hat. Genau. Außer man merkt sich das. Also wir sollten jedes Mal wenn wir die Aufnahme beenden. Vorher unsere Helden für das nächste Level konfigurieren. Richtig. Damit wir dann. Nichts mehr machen. Genau. Dann kommen wir gleich los. Und. Also dann würde ich sagen. Wenn ihr wollt sehen wir uns dann im nächsten Video. Und. Fleißig unsere. Fleißig Videos schauen. Genau. Also tschüss. Tschau.